Lada Niva 1,7 T gemessen mit 121 PS und 210 Nm. Diagramm folgt gleich noch mal im Video und ich bin wirklich sehr zu viel mit diesem Ergebnis, fährt sie wirklich tipptopp, nicht zu stramm. Jetzt kann man wirklich noch untertudrig gefahren. Ich habe den schon vorher als Sauger sehr untertudrig gefahren, aber was soll ich sagen? Das macht einfach nur Laune jetzt, das Fahrzeug. Ich bin wirklich happy jetzt, dass das eigentlich funktioniert. Es war wirklich viel Kopfschmerzen zerbrechen bei dem ganzen Umbau, weil das wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt oder vielleicht selber sagt, Ronny, ich möchte schon einen Tobolader-Umbau haben, kontaktiert mich, ruft mich an. Besucht mich in Fürstenberg. Ciao, ciao.